Sie sind beide stramme SHP-Politiker und ich kann mir wahrscheinlich, politisch betrachtet, auch keinen von Ihnen schön trinken. Frau Ameti, wir haben unterschiedliche Meinungen. Nie würde ich Ihnen, auch wenn Sie politisch damit anders stehen, am Anfang sagen, dass ich mir Sie nicht einmal schön trinken könnte. Das ist eine krude Beleidigung. Ich finde, das ist ganz schlecht. Ich will jetzt hier nicht übermoralisieren, weil jeder, der in der Öffentlichkeit steht, dem ist auch schon mal in den Kopf gestiegen, sicherlich auch mir. Dann hat man sich zu unvorsichtigen Formulierungen, eben zu Arroganz hinreissen lassen. Trotzdem ist das natürlich total daneben. Vogt hat sehr kompetent reagiert, hat das sachlich zurückgewiesen.